Ja, hinter jedem großen Forscher steckt natürlich eine starke Frau. Vielleicht ja auch hinter manchem Durchschnittsforscher kann gut sein. Was aber immer hinter jedem Forscher steckt, ist ein Auftrag. Einer, der es zahlt. In aller Regel ist das die Industrie und die lässt erforschen, was ihr nützt. Zum Beispiel, dass Asbestfasern Hitze vertragen. Toller Baustoff, tolles Geschäft. Aber wer hätte Geld ausgegeben damals, um zu erforschen, was Asbestfasern in menschlichen Körpern anrichten? Keiner, so wenig wie für die Erforschung von Antibiotika im Trinkwasser, Glutamat in Fertiggerichten oder Weichmacher in Plastikspielzeug. Geforscht wird immer da, wo Geld verdient werden kann. Und zwar bald. Nicht dort, wo in Zukunft Geld gespart würde, weil man die Folgeschäden nicht hätte. Am Beispiel von Gennahrung zeigt der Dokumentarfilm Gekaufte Wahrheit, das die moderne Wissenschaft nicht annähernd so frei forscht, wie das der große Humboldt sich erträumt hat. Dinge, die wir nicht verstehen, machen uns Angst. Genfood etwa. Unabhängige Wissenschaftler wie Arpad Pustoy klären das für uns. Doch der renommierte Biochemiker war ein wenig zu unabhängig. Ein Wunder der Wissenschaft wird Frankenstein-Food genannt. Wie sicher sind die Bestandteile in ihrer Ernährung? Professor Pustoy's Labor befindet sich im Rowett-Institut in Schottland. Die Wissenschaftler hier versuchen herauszufinden, ob der Langzeitverzehr von genmanipulierter Nahrung die Gesundheit beeinträchtigen kann. Als Wissenschaftler, der aktiv in dem Bereich mitarbeitet, finde ich es sehr, sehr unfair, unsere Mitbürger als Versuchskaninchen zu benutzen. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich es natürlich nicht essen, bevor ich nicht einen vergleichbaren, experimentellen Gegenbeweis bei gentechnisch veränderten Kartoffeln sehe. Ein ehrliches Statement im Fernsehen war zu viel. Wenige Tage später wird Pustoy entlassen. Nach über 30 Jahren am Institut. In Großbritannien war das. Er hat während seiner Fütterungsversuche festgestellt, dass also Änderungen im Immunsystem der Ratten, im Gewicht der Organe und so weiter, also alles Anzeichen, die für einen Wissenschaftler bedeuten, da müssen wir näher hinschauen. Und das wurde nicht getan, sondern im Gegenteil. Er flog aus dem Institut, alle seine Unterlagen wurden konfisziert. Und es wurde ihm angedroht, wenn er irgendein Wort über seine Tätigkeit verlieren würde, dann würde er seine Pension verlieren. Pustoy ist bis heute nicht vollends rehabilitiert. Doch nun ist er wirklich unabhängig. Ein international gefragter Kritiker der Gentechnik. Ortswechsel, Mexiko. Ein weiterer Protagonist von gekaufte Wahrheit. Der Mikrobiologe Ignacio Chapella. Er entdeckte bei Untersuchungen hier transgenen Mais. Dabei ist er in Mexiko verboten. Der genmanipulierte Mais hatte offensichtlich gestreut. Als Chapella das publiziert im Wissenschaftsmagazin Nature, schlägt die Industrie zurück. Sie heuert eine Agentur an mit dem Auftrag, Nature unter Druck zu setzen und Chapella zu diskreditieren. Diese Firma also, die Bivings Group, erschuf zwei fiktive Charaktere, zwei Doktoren. Dr. Smetashek und Dr. ... habe ich vergessen. Sie erfanden zwei Namen. Diese beiden Doktoren gingen ins Internet und begannen, Gerüchte darüber zu verbreiten, dass das, was wir sagten, falsch sei und die Zeitschrift fehlerhaft wäre und so weiter und so fort. Chapella sei in erster Linie Aktivist, kaum Wissenschaftler. So geht das. Virales Marketing heißt diese ebenso raffinierte wie perfide Technik. Warum wird so ein Exempel statuiert an einer Person wie Chapella oder an einer Person wie Arpad Pustay? Und das ist inzwischen ziemlich eindeutig. Es ist einfach eine Botschaft an die jungen Wissenschaftler, zu sagen, liebe Leute, überlegt euch genau, worauf ihr euch einlasst, welche Fragen ihr untersuchen wollt. Ihr habt das Beispiel von Pustay und Chapella, wie es euch gehen wird. Und da schrecken die meisten jungen Wissenschaftler einfach vor zurück. Auch das zeigt der Film, die Verquickung von Industrie und Politik. Beispiel die staatliche US-Ernährungsbehörde FDA. Gesetze gegen Konzerne könnten Lobbyisten verärgern. Das Resultat der Vertuschung dieser wissenschaftlichen Fragen war, dass die FDA zu Monsanto und den anderen Firmen sagte, macht euch keine Sorgen. Wir wollen eure wissenschaftlichen Ergebnisse nicht sehen. Wir fragen euch nicht einmal nach unabhängigen Studien. Wenn ihr glaubt, es gibt ein Problem, kommt zu uns. Freiwillig. Also das ist unglaublich. Stellen Sie sich vor, wir täten das mit Drogen oder Autos. Wir halten es für sicher, außer Sie, der Produzent, sagen uns, es gibt ein Problem. Es heißt freiwillige Regulierung und ist ganz klar eine Katastrophe. So sollte eine Regierung nicht arbeiten. Nächste Stufe, gelenkte Forschung. In Berkeley, Kalifornien, hat sich BP in die Uni eingekauft. Für 500 Millionen, heißt es. Wie wichtiger aber ist, dass sie auch Einfluss auf den Lehrplan möchten. BP hat nun auch den Zugang zu der Entscheidung, was Wissenschaft genannt wird und was nicht. Weil er gegen den BP-Deal protestierte, musste Chapeller jahrelang auf seine anstehende Professur in Berkeley warten. Und hat auch jetzt noch Probleme bei der Finanzierung seiner Projekte. Das ist Amerika. Gekaufte Forschung, genmanipulierte Nahrung. Alles sehr weit weg von uns. Wir sind nach wie vor abhängig von den Importen von Soja und Mais, die gentechnisch verändert werden und in Argentinien oder Brasilien oder so produziert werden. Das heißt, die kommen hier rüber, die Tiere fressen das. Und jetzt sind wir wieder am nächsten Punkt. Es gibt keine schlüssigen Untersuchungen. Gekaufte Wahrheit ist ein hemmungslos parteiischer Film. Und doch macht er erschreckend klar, wir wissen nicht, wem wir trauen können. Wir wissen nicht, was wir essen. Die Versuchstiere sind wir. Na, den guten Appetit.